Schön, dass du dir Zeit nimmst, Koritaki, das Tanzplätzchen im Internet näher kennenzulernen. Einen neuen Veranstaltungsort bei Koritaki eingeben. Zumeist geht die Eingabe eines neuen Veranstaltungsortes Hand in Hand mit einer neuen Veranstaltung zu erstellen. Deshalb, ich bin hier angemeldet, habe auf den Link Veranstaltung erstellen geklickt und befinde mich jetzt auf der Seite, wo ich neue Veranstaltungen erstellen kann. Hier weiter unten findet sich der Veranstaltungsort, den ich jetzt eingeben möchte. Ich fange einmal an zu schreiben, erkenne, aha, das System hat dazu noch gar nichts eingetragen, kann jetzt noch genauer suchen mit dieser Lupe, klicke auf diese Lupe, gebe hier die Postleitzahl 2722 ein, sehe der Pfarrsaal in Weikersdorf ist hier drinnen, den möchte ich aber nicht haben und erstelle jetzt einen neuen Ort, gebe hier die Bezeichnung ein, wenn ich ein Bild habe, kann ich das Bild eingeben, ich sollte halt über die Rechte verfügen, gebe nähere Informationen über Homepage und E-Mail, so ich etwas habe, besonders wichtig ist die Adresse einzugeben. Nachdem ich das hier eingegeben habe, schaue ich noch, was ich hier, was es hier gibt, hier gibt es eine Telefonnummer, ich gebe hier eine neue ein, vielleicht habe ich noch eine zusätzliche Beschreibung, wunderbarer Holzboden ideal zum tanzen zum Beispiel und kann das speichern und diese Information wird jetzt in den Veranstaltungsort eingefügt. Bis bald bei Koretaki!